Bezoffene sind so pflegeleicht und verständnisvoll. Wahnsinn! Bürger fragen nie bekloppte Sachen an Einsatzorten. Natürlich, wenn sie darauf schwören lassen, wie sie selbstverständlich laufen, oder? Ich schwöre dir, wenn er nächstes Mal kommt, ich schwöre, Bruder. Wenn er kommt, ich schieße seinen Kopf kaputt. Was? Na klar, ja, hier, nimm meine Waffe. Kein Problem. Das macht 50 Euro in die Ecke pinkeln, ne? Schwarz nur 30, komm. Ja, natürlich leint ihr Geld Fremder. Kein Problem. So viel lang erst mal? Du hast das Kostüm euch geschenkt bekommen. Gefällt es dir? Du, ich erkläre alles gerne dreimal. Decker, Decker. Kannst du mir etwas gucken zu mir? Messerstecherei und Schießerei? Da brauche ich ja keine Schutzweste. Da gehe ich so hin. Haut ab, Mann. Ich bin menschenscheu. Pst! Ich diskutiere nicht. Ich schieße gleich. Ja, Nachbar. Reisen ist platt. Komme ich gleich wechseln. Hilf mir am Freund und Helfer, ne? Du, ich nehme meinen Kollegen und mein Blaulicht immer unter den Arm und dann renne ich damit so zum Einsatzort, ne? Raunus braucht keiner. Ich muss mal, wie ich es kann. Moin, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ganz wichtig, abonnieren, Daumen hoch und jede Woche reinschauen. Das hilft mich alles nicht, weißt du? Fuchst du mal nicht so mit der Waffe. Warum? Hast du Angst, dass was passiert? Lelelelelelelele? Waffe.